Hallo liebe Freunde der Saalbaulichtspiele, mein Name ist Hans-Joachim Heist und ich möchte mal eine Lanze brechen für unsere Saalbaulichtspiele in Pfungstadt und da kümmert sich vorbildlich der KUK, der Kultur- und Kinoverein oder Kino- und Kulturverein in Pfungstadt sehr intensiv drum. Die haben schon einiges erneuert und nun muss wieder was gemacht werden und zwar die Leuchtanzeige, die muss finanziert werden und dafür wurde extra ein Crowdfunding aufgemacht bzw. wird ab 1. Juli eröffnet und da könnt ihr finanziell diese Leuchtanzeige mit unterstützen und darum bitte ich euch, denn es ist wirklich notwendig, dass wir dieses Kino erhalten. Ein Stück Kultur in Pfungstadt soll bleiben.